Taaah, Leute und herzlich willkommen zum neuen Neu-Folge-Series mit den schwarzen mit ein Auge Specker Okto, der Profi-Bot, der in Axel Schulz verloren hat Ach deswegen das Auge, ne? Ja, der hat mir so eine verpasst, oh man Harter Kampf, wie lange ging der? Zwei, Siko, nein, eigentlich eine Runde hab ich durchgehalten Ah, oh, oh, oh ich hab diese Mafia ganz hoch Ja, kann es sein, dass es nach jedem Kapitel irgendwie Level, wie der Neuer hat Kann sagen Ah, endlich wieder draußen, riechst du diese Luft? Riecht nach Kuhflah Ah, ich hab vorhin schon so, ne? Kuhgeräusche gehört Ah, jetzt komm schon ich kann es erklären warum die seit zwei Jahren nicht mehr Gassi war für seine Kuh Gassi ja wow wenn wir beide springen ja und sich das so hm er kann die Felsen hochrennen das ist klar multitalent ab zum ultra äh supertalent damit ist das blaue da hinten achso der ist schon wieder hauptsache man kann von boah boah was passiert mit diesem laser strahlt er sofort tot hauptsache man kann mit schroten ne äh richtig weit nach hinten schroten boah wie man das nennt hehehe wieso stelle ich ja mal nur hehehe so da oh nein so ein roter oh dieser Raketen nein ja oha der hat auch viel mehr kann seine scheiß Raketen einfach zerballern achso oder ausweichen äh ist sehr hässlich ne ja hauptsache er ist tot und schießt noch einmal ich freu mich dass ich tu oh nein so ungefähr oh nein die kommen von oben vorm Felsen die kommen von überall scheiße ach du scheiße boah die sind schlimmer als dumm dumm ne ja alter durch die E müssen wir wieder auf den ganzen Weg gehen Mann boah hey da ist Moni oder jo hmm zack und bleibt so dass ihre Maustaste ihre Maustaste mittlere ach so und dann ah ganz oft Gegner geht eben kurz alle hier machen damit die U-Belchen heute klar Größe fünf Meter aufrecht boah komm sind voll schön ja auch ne ein Wunder der menschlichen Chemie-Glas-Züchtern so ungefähr so ungefähr aber warum hab ich die immer noch ich nehm mal ein Messer nein achso was bist du ich will meist bevor ich stopp oh nein das ist bestimmt hauptsache und so wie sich sie machen ne und auch so ein Buch eh ob dahinter ein Geheimnis ist oder die einfach nur das bohr oh nein oh ja Moni aber ich dachte endlich mal raus aus dem Tempel und dann müssen wir wieder ein einladen guck mal was ne kann man nicht hoch Tempel über Tempel ey oh hd diese scheiß heikle Länder ja nur so ein Gamm-Liga-Grüner ja 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 boah pass auf die verfolgen dich ne er ist schon nach dem Motto gestorben so wer scheiß auf die Treppen für Siege hauptsache hauptsache das sind Löcher jetzt ne hinter dir ach so das zum alter der erste ach schön das letzte vom Kapitel ne hast du Raketenwerfer oder wer schießt da schau nö ne ach da hinter mir bam scheiß oah ist der tot? das zum Thema ne 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 nicht so stark wie der Roboter weil der Roboter hatte viel mehr Leben und hat mich angegriffen hihihi das war jetzt wenn geräuscht mich so Moni ja und dieses hatte nur 13 Leben oh das muss ich nehme ich dir zack ist das Leben? ja oh nein wauf ich bin gleich tot bist du? ein Archinoot hat Spielabilität mit Blei vollgepumpt immer diese erniedrigten Sätze ne die einen voll fertig machen ich hoffe die stirbt das noch ein ja hab ich grad gesehen einfach dicht dran und schießen sie sind ja richtig hässlich ob unter Wasser irgendwas ist? oh nein auch irgendwo einer hä? maustaste 2 stand da zum benutzen ich bin nicht einfach nicht mit Kontakten fliegen rechte maustaste ja wie sieht man denn hier unten ist und wirst unter Wasser ich oh nein da ist irgendwo ein Gegner da hihihi hihihi hallo wo sind sie? ja er denkt sich doch ein Bauch vor allem kommt so ein scheiß Vieh aus dem Wasser geschwollt, da war es wie das, ey. Da war auch ein Vieh in Wasser. Ja. Hey, guck mal, was da oben ist. Achso, deswegen machen wir es ja. Hä? Mach die weiße. Ich dachte, unter dem Wasser ist wenigstens ein Geheimnis. Aber so kann man sich täuschen. Oh nein, hier sind wirklich Viecher. Unter Wasser. Da sehe ich gerade. Ich suche doch noch Ungeheimnis. Hier steht die Luft. Hat man unendlich Luft? Sieht so aus. Oh, hier liegt Raketenmeerfamuni. Was ist das? 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 Ich habe gedacht so, was sind das? Weil das sah so aus, ob vorne so ein Zahn. Was ist das? Nein. Hey, hier ist ein Schlüssel. Yeah. Goldenes Arch. Ich glaube, damit können wir ja das Level beenden. Beziehungsweise das kapiert mich doch nicht. Gibt's doch noch so einer. Schnell alles sammeln. Ja. Ah, da bist du okay. Weiter, weiter, weiter. Hallo? Ja, ja, ja. Oh Mann. So ein leerer Begang. Meinst du, hier kommt was? Nee. Oh. Was ein Zufall. Oh. Guck mich nicht an, Junge. Wie Speed-Tag sieht das aus, ey. Die Redige. Kommt, du schwimmt gleich noch, weiß. Okay. Anfängt. Du hast dich so? Ja. Schwimmst du gegen 1,2. Davon so ein Boss, ey. Bäh. Oha. Da war man kurz in der frischen Luft und dann muss man wieder rein. Nee, 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 nee. Oh nein. Die laufen so lustig, ne? Hä? Oh nein, scheiß Fröschen. Warum steht da Speck-Octon noch ein übrig? Oh nein. Oh nein. Au. Guck mal, hinter uns ist so ein Portal-Bogen, oder wie das heißt. Dimensions-Tag, äh, Dings. Und was. Ja. Alle, ich bin nicht. Oha. Hä? 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 Ach so. Hä? Hä? Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Hä? Was ist das? Hä? Warte mal. Hä? Okay. Mann. Guck mal rein. Das war witzig, ne? Da bist du. Ich seh dich. Egal, das war. Das ist... Da hab ich... Das ist ein Scheiß, ey. Oh mein, Hauptsache, wir verschwenden erst mal Pfeil, äh, Sikronbeifel. Au, ah. Oha. Wait off me. Ach, schiffi. Hm. Hm. Back-Octo wurde vom Gnar vermögelt. Höh. Vermögen. Oh. Immer schon auf Anubis schießen. Oder ist das Anubis? Nein. Ne. Ich schieße mit seinem langen Schnabel aus. Keine Ahnung. Nehmen wir den Typ mit langen Schnabel. Der Name ist wenigstens nicht nur 815 eben gerade so ausgedacht. Das ist Anubis zu sehen, dieser Schakal. Mit einem anderen Anubis. Ne. Irgendso ein Typ, der für den Rammu. Ja. Von... Von Anubis bis... Oh. Sind zwei Gänge, oder rechts und links? Ja. Da ist... Ich bin der Gott dessen, niemand dessen Namen. Ne, ich bin... Keiner. Denn... Ich bin... Der Typ, der keinen Namen hat. Hier ist noch so ein Typ. Ja. Äh... Hier sind wir doch hergekommen. Hallo? Ach da. Hm. Oh nein. Oh nein. Wieder so eine arme Verfrösche. Boah, Alter. Die haben, äh... Jump Pack. Schnellt nach vorne. Oh nein. Noch ein. So. Hm. Hier sind 3000 Wege. Achtung. Und wir ins Dunkel? Ja. Du hast die Wand der Dunkelheit durchrücken. Cool. Aha. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Du hast du das? Du kommst schon gleich aus dem Tor der Dunkelheit. Ja. Wollen wir erstmal durch? Hallo? Hallo? Komm mal nicht mehr durch. Boah. Keine Ahnung. Vor allem auch kommen die, ne? Bäh. Boah. So. Das zum Thema am Anfang, ne? Dann kommen starke Gegner. Boah. Zerschossen. Ich glaube, wir müssen auch noch zu das andere. Hier. Für Tellt. Ne? Halt, stopp. Ich muss meine Backe kratzen. Gibt's keine Pause. Hat im Kampf sein Leben. Spielepolitik hat im Kampf sein Leben gelassen. Er hat dich halbiert mit der Kette. Geht's hier unten weiter? Ach, hier geht's zum... Hier ist bestimmt irgendwas faules. Ja. Oh Gott, ey. Ist hier hässlich. So ein Brandopfer ist das. Boah, was passiert? Jetzt fahren wir nach unten oder oben? Das ist kein Fahrschuh. Ich glaube, das ist ein Gefängnis. Ach so. Oha. Natürlich. Die können da durchlatschen. Ja. Ja. Bei... Dings, ne? War ja so ein Geheimnis. Man müsste auf irgendein Tor. Denn ist es ja nach oben gegangen. Ja. Und dann war da ein Geheimnis. Boah. Boah. Ich fahr auch durch. Natürlich. Was? Das? Nee. Oh nein. die kommen nicht durch jetzt zum flammenwerfer oder so wäre nicht schlecht vor allem die türen hier sind irgendwo fliehende oh nein ich schon wieder gesicht Kredite das noch ein doch das noch gar nicht die an er hat mich an zu holen aber wir sind nicht von nahen so direkter angeguckt aber dies ziemlich hässlich vielleicht im wasser ein geheimnis sieht sehr so die haare oder was ist das da jetzt im wasser buch der weisheit ja und dann irgendwie gestorben bis nachgeschworen nö warum bin ich jetzt gestorben ich komme irgendwie nicht mehr hoch das hat jetzt was gebracht keine ahnung ist auch warum bist du auf und mir kam die Vorschau wie so ein Stachelding hochfährt bei mir kam gar nichts betrug geht das jetzt auf ja ne neue Waffe hier wird wieder diese Mafia da nö oder ja doch boah ja oh nein da komm frösche raus oh nein geil das forsch hau ab kann man so schlecht anvisieren ne sag noch arsch boah dieses licht das ist so hell ne man sieht ja kaum was boah alter was haben die frische gefressen dass sie so aggressiv sind und dann gedacht ah die können wir bestimmt angreifen komm ja nein ich war eben drauf komm man ich war eben drauf ja hier guck mit hier an der Kante geht das da oh wir sind eine Pyramid bekommen wir jetzt da rauf oder müssen wir da rauf hä statt die Waffe mal wegzulegen und da hochzuklettern was haben wir jetzt damit erreicht ausgang wie so aus hier endlich kommt bestimmt das auch nach dort hier das Dreieck des Todes haben Illuminati's was damit zu tun die Illuminaten glaubst du Anubis ist der hier Endgegner kann ja eigentlich nur sein oder hä bei mir bist du irgendwie jetzt voll mono warum das denn wahrscheinlich hat Skype gerade ein Problem kann auch sein und da sind wir untergekloppert als nächstes kommt Tal der König ah ne das war das Level ne kann gut sein jetzt kommt Natrixa steht um links Geheimnisse 0 von 4 Spielzeit 21 Minuten geht der Part jetzt auch schon naja müssen wir nicht um so länger in den Part ziehen ciao 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 Okay. Ciao.